Auch wenn man nicht in der Division anmelden kann, aber wir sind im selben Team, immer präzivend, sehr schön. Das ist geil, ey. Hurenberg im Whirlpool. Holy fuck. Eee shit. Ach du Gott. Sieht das geil aus. Wo müssen wir hin, ey? In der Mitte sind vier Caps. Torpedo, der genau geradeaus geht. Ist auch schon mal super. Wo bist denn du? Ich bin auf der rechten Seite, also ziemlich mittig, eigentlich bei dem Frosch oder was auch immer das ist, was hier vor mir rumkippt. Ah, ich will dich. Das ist geil, ey. Dieser Wal, der da schwimmt. Die Schlacht beginnt. Die Geräusche, Mann. Was ist das? Ich zünde erstmal Hydro. Ach, das hält auch nur fünf Sekunden dann. Gegnerische Streitkräfte am Horizont gesichtet. Ich soll jetzt erstmal richtig übelst tryharden hier. Wie geil die Dinger halt auch aussehen, einfach. Das ist ein richtig geiles Spielzeugboot, ey. Oh, das ist aber schon echt Augenkrebs, ey. Jetzt haben wir hier 10 Kilometer Range. Wie fahren wir denn am dümmsten? Ich fahr jetzt Richtung A, glaube ich, ist das hier. Ich kann einen beschießen. Oh, wir müssen wesentlich weiter vorhalten mit dem Dinger. Ich schieße mich einfach hier mit HE. HE bringt uns gar nichts, weil du einen super kurzen Repair-Coldown hast. Problem gelöst! Oh Gott, woher bin ich wieder? Ich hab zu viel vorgewagt. Boah. Ich hab den Ketter-Ober. Ich hatte diese Geräusche von diesen Dingen. Gott, wo schieße ich hin, ey. Der Provost war. Ach, da hat auch noch einer Torpedos? Ach, wir haben alle Torpedos. Wir haben alle Torpedos. Genau einen, der so nach vorne geht. Was haben die Japaner nochmal? Das Geräusche sind episch, ey. Vielleicht wird dann unsere Torps eigentlich. Acht, ne, wie viel? Doch, acht Kilometer. Alter, was mit Torps ist das denn? Das ist richtig geil, ey. Das ist echt ein nettes Event einfach. Aber kann ja topspammen, wenn ich das richtig sehe. Ja, mehr oder weniger. Vielleicht einen down, ey. Nein, der repariert sich einfach. Und verschämt hat. Ich bin entdeckt. Wie du den Skill reingenommen hast, what the fuck? Klar. Ja, unser Team loost ganz schön. Wo sind wir? Ich bin in D drin. In D? Ja. Und so bist du jetzt wieder auf der anderen Seite, krass. Das gegnerische Team hat die Führung übernommen. Ich helfe dir mal. Feueralarm! Problem gelöst! Fuck, ich hab' kein Schaden gerade. Hinter mir kommt auch noch einer. Ich weiß nicht, ich hab' ja schon aufgerichts. Der toppt mich nämlich einfach. Atm top! Ja. Ja. Der Hydro läuft schon. Ein mächtiges. Nein, der oben war noch. Hab' einen. Hab' ihn, hab' ihn gequält. So. Jawoll. Ich krieg' beschoss' der Bartelschief dahinten. Welcher? Wo bist du denn? Hinter dir. Mr. F oder wer? Ja. Ja, ich komm' gleich. Ich muss mich nur gerade mal einmal generell hier drehen. Ist nicht so einfach. Versteck' mich jetzt hier unter unserem Mate. Nein. Oh, von links kommt noch einer, ne? Ja, ich hab' schon. Wir haben schon mal gecapt. Tch. Also ich schieß' Er hat die Zeit, Dings, ne? Ja. Da hat er schon mal geschafft, denn sie gar nichts. Oh. Das Quietsche-Ente macht halt auch Geräusche, ey. Wo ist denn der Typ hier hin? Äh, im Smoke vor dir. Oh. So, du bist die letzte Hoffnung. Auf geht's. Wie das klingt alles. Das ist nichts. Das war's. Das war's. Nein! Mir anckeil ist ein richtiges Event, ey. Das haben sie mal richtig nice gemacht. Wieso bin ich ganz unten? Wieso bin ich ganz unten? Ja, das ist auch schon fertig. Wieso bin ich ganz unten? Wieso bin ich ganz unten? Wieso bin ich ganz unten? weil es keine xp gibt es ist nicht nach base xp sortiert weil es gibt einfach keine nicht mal das cap kriegt man da ist einfach gar nichts aber lustig ist es auf jeden fall haben sich was schönes einfallen lassen